Was ist denn da? Mach mal vor! Mach mal vor! Ist der nur langer gegangen oder was? Ja klar! Ach, mal. Ach, mal. Ach, mal, mal. Ich habe nur auf die Schmerzen. ... 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 Du bist nur langer gegangen oder was? Ja klar! War ja klar das hier ist auch passiert Aber Gesicht ist doch relativ sauber, wie bist denn die gelandet? Ja sauber gelandet! Ich glaub die müssen ja zurückziehen oder? Das klappt man Ich glaub der Nachte ist hoch Ich glaub der Nachte oder? Ja Ja fahr da wieder hoch, genau Dreh sie rum und fahr sie wieder hoch Als Vorfahrer nicht geeignet Wäre er oder was? Ja Aber er war schon die ganze Zeit so mutig Ich dachte der legt sich bestimmt noch mal lang irgendwann dieses Wochenende Ja 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020